Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal MödoTV. Ich versuche euch ja rund um den Bereich Smart Home und Co. immer auf dem Laufenden zu halten. Und heute dreht sich alles um das Thema Smart Home Security. Im Zuge dessen hat mir die Firma Xiaomi ihre neue Mi 360 Grad Home Security Kamera 2K Pro zum Testen zur Verfügung gestellt. Handelt sich dabei um eine Wireless Kamera, mit der ihr die Möglichkeit habt, egal wo ihr gerade seid, über euer Smartphone darauf zuzugreifen. Ich will auch gar nicht allzu viel Zeit verlieren. Fangen wir mit dem Lieferumfang an, Leute. Viel Spaß dabei. Im Lieferumfang der Kamera findet ihr neben der Kamera selbst noch ein Micro-USB-Kabel mit der zugehörigen Netzteil, einer Wandhalterung und der Bedienungsanleitung. Nachdem ihr die Kamera ausgepackt habt, könnt ihr diese auch in eurer Xiaomi Home App installieren. Dazu klickt ihr einfach auf das Plus und gebt in der Suche die Mi 360 Grad Kamera ein. Danach müsst ihr lediglich die Kamera noch in eurem WLAN einrichten und den Rest übernimmt die App. Nachdem ihr mit der Einrichtung fertig seid, könnt ihr die Kamera noch einem bestimmten Zimmer zuordnen. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass es sich hierbei um eine 360 Grad Panoramakamera handelt, mit einer Auflösung von bis zu 2K, was 2304 x 1296 Pixeln entspricht. Dadurch nimmt diese Kamera mit einer höheren Auflösung als zum Beispiel Full HD auf. Auch bin ich vom Nachtmodus mehr als positiv überrascht, da ihr auch bei sehr schwachem Licht eine detailreiche Schwarz-Weiß-Aufnahme erhaltet. In der Kamera selbst befindet sich ein Infrarot-Sensor und über die Mi Home App könnt ihr einstellen, dass dieser bei schwachem Licht automatisch in den Nachtmodus wechselt. Zudem sind in der Kamera zwei Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung für eine noch bessere Soundaufnahme verbaut. Auf der Rückseite findet ihr einen Lautsprecher, womit ihr zum Beispiel etwas in eurem Smartphone-Mikrofon sagen könnt und dies wird dann über die Kamera wiedergegeben. Ein weiterer Punkt, der mich sehr positiv auf die Kamera stimmt, ist die erweiterte Speicherung eurer Inhalte auf der Kamera. Ihr habt die Möglichkeit eine MicroSD-Karte bis maximal 32 GB zu verbauen. Auch könnt ihr im eigenen Netzwerk angeschlossene Speichergeräte mit der Kamera connecten und dort eure Inhalte speichern lassen. Wahlweise besteht auch die Möglichkeit der Speicherung in eurer Cloud. So wäre im Falle eines Einbruchs und Vernichtung der Kamera die aufgenommenen Bilder weiterhin sicher. Als besonders sinnvolle Einstellungsmöglichkeit empfinde ich die automatische Erkennung von Geräuschen und Bewegungen. Dabei informiert euch die Kamera per Push-Up-Benachrichtigung, sodass ihr in der Regel, egal wo ihr gerade seid, euer Zuhause im Blick habt. So Leute, wir nähern uns nun dem Ende der Review zur Mi 360 Grad Home Security Kamera 2K Pro. Und ich möchte euch nun noch mein Fazit zu der Kamera berichten. Ich bin sehr positiv überrascht, da ihr für den Preis von rund 60 Euro eine smarte Überwachungskamera erhaltet, die extrem viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Und ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dass wenn ihr zum Beispiel in den Urlaub fahrt oder ihr tagsüber nicht zu Hause seid, es einem ein deutlich besseres Gefühl gibt, für den Fall der Fälle immer sein Zuhause im Blick haben zu können. Leute, das war es erstmal zu meiner Review zur Mi 360 Grad Home Security Kamera 2K Pro. Was haltet ihr von der smarten Kamera? Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like hinterlassen. Folgt gerne meinem Kanal MürroTV, um im Bereich Smart Home und Co. immer auf dem Laufenden zu bleiben. Auch könnt ihr gerne Xiaomi Österreich folgen, die haben ein absurd großes Produktportfolio, gerade im Bereich Smart Home und Co. Leute, das war es erstmal von mir. Stay tuned, bleibt gesund und bis die Tage. Peace out!